Wir gehen auf Besuch in die Bäckerei Conditray Café Steiner. Mit Hauptsitz in Betziken, Filialen in Hinwil, Grüt, Herrliberg, Uetiken, Meilen und Neuerdings Wolfhausen. Die Bäckerei sind in Betziken. 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 Nach einem Einblick in einen kleinen Teil von unserem Sortiment gehen wir jetzt hinterher die Produktion. Am Freitagabend, am 30.30 Uhr starten wir für die Samstagproduktion mit der Teigerei. Am Freitagabend Am Freitagabend Am Freitagabend Am Freitagabend Musik Nach kurzer Teigruhe wird der Zopfteig in verschiedene Grössen portioniert. Musik 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 Für die grössten Zöpfe werden hier die Röseli vorbereitet. Musik 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 Routiniert werden die vorgerollten Teigstrange zu Zöpfe geflochten. Musik 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 Das war's. Das war's. Bevor wir es auf die Gare stellen, streichen wir den Zöpf das erste Mal mit Ei an. Das war's. 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 Nach abgeschlossenem Gärprozess werden die Teiglinge je nach Sorten geschnitten und in den vorgeheizten Ofen geschoben. Musik 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 Parallel zu der anderen Produktion wird der Holzofer vorbereitet und Brot eingeschoben. Musik 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 Das ist eines unserer speziellen, gefüllten Partybrote. Das Gemüsegesteck wird alles von Hand zugeschnitten. Musik 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 Bei dieser Fruchturte mit Fotodekor kann man wirklich alles essen. Musik 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 Auch ganz spezielle Kundenwünsche können wir erfüllen. Musik 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 Musik